Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina Menzer. Ich bin ehemalige Profiboxerin und frischgebackene Mann. Durch die Schwangerschaft habe ich ganze 23 Kilo zugenommen, vor vier Monaten entbunden und kann es nicht erwarten mit dem Sport loszulegen, um meine alte Form wieder zu erlangen. Ich werde oft von Mamis gefragt, wie mein Sportprogramm aussieht, das sich übrigens auch hervorragend für jedermann handelt. Ihr habt also keine Ausreden mehr, keinen Sport zu treiben. Mein Programm und meine Lieblingsübungen werde ich nach und nach auf meinem YouTube-Kanal präsentieren. Bevor ich dies tue, möchte ich aber unbedingt wissen, wo ich fitnessmäßig stehe, deswegen werde ich mich einem Fitnesstest unterziehen. Diesen könnt ihr gerne zu Hause nachmachen, vorausgesetzt ihr seid gesund. So, nach der Beweglichkeit und der Koordination testen wir nun unsere Kraft. Der erste Test ist ein Test zur Ermittlung deiner Rumpfkraft, der Seitstütz. Dafür legst du dich auf die Seite und stützt dich auf den Ellenbogen. Die Beine liegen aufeinander. Hebe nun das Becken ab, bis dein Körper eine gerade Linie bildet. Schaffst du es, den Seitstütz über 60 Sekunden zu halten, dann bist du ein Anfänger. Bei 90 Sekunden fortgeschritten. Und hältst du den Seitstütz über 90 Sekunden? Glückwunsch, dann bist du ein Profi. Abonniert meinen Kanal, um keine Folge zu verpassen. Ich freue mich auf euch.